Der Zauberer von Oz auf Drogen, so mancher mag diesen Streifen als eine wilde Mischung aus Old Hollywood, Technik Color und modernen Horror beschreiben. Warum diese UHD-Scheibe von Turbine Medien für euch ein Blick wert sein dürfte, das erfahrt ihr im Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der Film Pearl von Ty West reiht sich als zweiter Eintrag in seine eigene Trilogie ein. Zum einen ist er in sich selbst eine große Hommage an alte Filme aus früheren Tagen, zum anderen besitzt er ein paar gute Elemente eines Slasher-Films. Allerdings ist Pearl noch mehr als das. Dieses Prequel zum Film X erzählt auf interessante Weise eine dramatische Geschichte einer Frau, die mehr vom Leben erhofft und davon träumt, als berühmte Tänzerin ein Leben voller Reichtum zu führen. Interessanterweise hat das deutsche Label Turbine diesen Film exklusiv weltweit in 4K UHD herausgebracht und war in seiner limitierten Ausgabe im Steelbook recht schnell ausverkauft. Ich konnte mir noch ein Exemplar sichern und möchte euch nun erzählen, wie die Bildqualität so geworden ist. Wenn man sich das Bild von Pearl genauer ansieht, könnte man zuerst meinen, dass der Streifen analog gedreht wurde. Ursprünglich war es auch die Idee von dem Regisseur so gewesen, aber das hätte sicherlich das Budget gesprengt. Aus diesem Grund wurde alles komplett digital in 6K gedreht und davon wurde ein 4K-DI angefertigt. Es handelt sich also um eine native UHD-Auflösung. Damit Ty West jedoch diesen filmischen Look der alten Hollywood-Klassiker imitieren konnte, wurde noch nachträglich ein künstliches Korn in der Post-Production hinzugefügt. Aus diesem Grund ist das Bild nicht ganz rauschfrei und wuselt etwas. Aber das macht der Schärfe und den Detailreichtum keinen Nachteil. Nein, man kann in Pearl viele kleine Details an Gesichtern oder an den Kleidungsstücken sehr gut erkennen. Auch bestimmte Großaufnahmen wirken in 4K deutlich besser, so werden Wolken am Himmel schöner abgebildet oder auch Linien und Konturen von Häusern wirken knackiger. Durch das bessere Encoding und die höhere Datenrate wirkt die Körnung homogener und auch angenehmer. Bei der 1080p Blu-Ray dagegen gibt es gelegentlich ein paar Shots, in denen es dann doch gröber erscheint. Ansonsten ist ein gewisser Schärfevorteil in 4K vorhanden, aber es liegen jetzt auch keine Welten zwischen 1080p und UHD. Im Bereich Farben erhalten wir HDR10 und Dolby Vision in Rack 2020. Die Farben sind auf jeden Fall ein optischer Leckerbissen, denn auch hier wurde alles im Bild etwas angehoben, denn Ty West wollte eben diesen Technik-Color-Effekt für Pearl bekommen. Das bedeutet, dass die Wiesen richtig satt grün und das rote Kleid schön knallig hervorkommt. HDR10 ist ein wenig dunkler gemastert, aber Dolby Vision holt dann alles an Leuchtkraft heraus und sieht einfach sehr schön aus. Auch Hauttöne wirken kräftiger und lebensnah und die Kontraste erzeugen mehr Dynamik und verpassen dem Bild einen herrlichen, cineastischen Look. Kommen wir gleich zu den Beispielen. Im ersten 4K-Screenshot könnt ihr Pearl mit ihrem neuen Freund im Kino sehen. Er zeigt dir gerade einen etwas anderen Film. Dieser Shot ist ein gutes Beispiel dafür, wie gut das neue 4K Remastering geworden ist. Der erweiterte Farbraum zeigt uns satte und kräftige Farben. Der Hautton wirkt natürlicher, das blaue Licht in ihrem Gesicht ist gut zu erkennen und insgesamt erhalten wir hier einen herrlichen Kontrast. Die Spitzlichter werden auch schöner präsentiert. Details in ihrem Gesicht sind gut zu erkennen und das Muster auf ihrem roten Kleid wird auch besser und sauberer dargestellt. Im Vergleich nun die 1080p-Scheibe. Hier fehlt es an Brillanz und Schärfe. Der Farbraum wirkt flacher und ärmer. Alle genannten Details wurden hier etwas zurückgeschraubt. Vor allem die satten Farben fehlen hier einfach. Auch bestimmte Konturen und Details wirken weicher im Bild. Im direkten Vergleich fällt es sicherlich nochmal auf. Achtet auf Pearls Gesicht, auf das blaue Licht, den Hautton vom Freund sowie das Muster auf ihrem Kleid. Das UHD-Bild ist in allen Punkten besser, schöner und ansprechender. Im zweiten Ficker-Screenshot könnt ihr nun Pearl mit ihrem Vater im Wohnzimmer sehen. Auch hier wirkt das UHD-Bild mit HDR deutlich ansprechender und schöner. Die leichte Körnung fällt angenehm und homogen aus. Das Muster der Tapete wirkt sauber und knackig und vor allem die Farben wirken hervorragend. So muss ein gutes HDR-Mastering aussehen. Im Vergleich nun das Full-HD-Bild. Mal wieder wirken die Farben blasser und der Kontrast schwächer. Auch der Hautton sieht blasser aus und genannte Details an der Tapete sowie an den Gegenständen lassen die Schärfe vermissen. Das Bild sieht viel softer aus. Zusammenfassend muss ich gar nicht viel hinzufügen. Die 4K-Scheibe ist richtig gut gemastert worden und kommt mit einem tollen Encoding, mit einer guten Schärfe sowie satten Farben daher. Es macht einfach viel mehr Spaß, den Film in Dolby Vision anzugucken. Aus diesem Grund gebe ich dem 4K-Bild von Pearl auch 9 von 10 möglichen Punkten. Alles wirkt in dem UHD-Format besser, schärfer und filmischer. Jedoch aufgrund der künstlichen Körnung erreicht es für mich nicht Referenzmaterial, aber die 4K-Scheibe ist eindeutig die bessere Wahl und dürfte für ein schönes Heimkinoerlebnis sorgen. Wenn euch diese Kritik gefällt und ihr den Kanal gerne unterstützen möchtet, dann lasst doch ein Abo und ein Like da und teilt es auch gerne mit Freunden und Bekannten. Aktiviert auch die Glocke, somit verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Kommen wir nun zum Ton. Hier gibt es in Englisch und in Deutsch jeweils einen verlustfreien Dolby-Atmos-Ton. Dieser Atmos-Spur klingt in beiden Sprachen weit und dynamisch. Allerdings muss man sich in Erinnerung rufen, was Pearl für ein Film ist. Die Geschichte lebt von seiner Hauptfigur und dessen Verlauf. Es gibt keine Action-Szenen oder gar intensive Momente mit viel Bass oder dergleichen. Es ist vor allem der Score, der immer wieder groß und offen im Film ertönt und dafür sorgt, dass wir eine weite Klangbühne zu hören bekommen. Ansonsten sind Umgebungsgeräusche wie Vögel oder Straßenverkehr mal zu hören. Der Mix bietet sonst nicht viel. Auf den 3D-Kanälen gibt es ein paar schön platzierte Effekte und diese kommen recht sauber und knackig durch. Allerdings hält es sich in der Summe doch überschaubar an Grenzen. Auf den oberen Kanälen sind mal ein paar Krähen, ein Gewitter oder auch ein paar Flugzeuge zu hören. Insgesamt ist es ein guter und stimmiger Mix geworden, der das Geschehen ausgezeichnet unterstützt, aber nie irgendwelche Spielereien oder gar Referenz-Szenen zu bieten hat. Die Dialoge bleiben dafür in beiden Sprachen schön mittig und sind gut und klar und sauber zu verstehen. Insgesamt gebe ich den Dolby-Atmos-Sound in Englisch sowie in Deutsch 8 von 10 möglichen Punkten. Der Mix macht, was er soll und sorgt für eine gute Atmosphäre. Als Fazit halte ich fest, dass Pearl sicherlich nicht jeden Horror-Fan abholen kann, allerdings genreübergreifend in sich ein gutes Drama vorzuweisen hat. Wer das kann und mag, wird mit einem guten Film belohnt, der eine große Liebeserklärung an das goldene Hollywood ist und gleichzeitig ein paar schöne Slasher-Momente zu bieten hat. Turbine-Medien hat sicherlich das Beste aus allem rausgeholt und dem Streifen eine mehr als anständige 4K-Auswertung spendiert. Vor allem das Bild sieht dank dem guten Encoding in 4K stellenweise hervorragend gut aus und dürfte für viele Fans eine wahre Freude darstellen. Schärfe und Farben sind richtig gut geworden und der Dolby-Atmos-Ton sorgt noch mal mehr für eine gelungene Immersion. Ich gebe in dem Film als 4K-Scheibe eine Gesamtwertung von 8 von 10 München Punkten und spreche für alle Fans und Interessierten eine klare Kaufempfehlung aus. Jetzt seid ihr mal wieder gefragt, wie hat euch der Film gefallen und konntet ihr diese schöne Edition von Turbine noch bekommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Videos zu 4K-Reviews von Horrorfilmen sehen möchtet, dann klickt gerne auf eines dieser Videos hier oder geht direkt auf meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin macht es gut und bleibt gesund, euer Dissflüsterer.